UNTERTITELUNG Wir sind jetzt. Hallo, weg hier! Dr. Michael Morbius, Sie galten zwei Monate als vermisst. Dann fand man Sie auf einem Containerschiff, das Vorlong Island rieb. Was haben Sie mit sich gemacht, Doktor? Ich wünschte, ich wüsste das. Ich lag im Sterben und bin jetzt lebendiger denn je. Es hat funktioniert? Nicht wirklich. Ich besitze erhöhte Kraft und Geschwindigkeit und eine Art Fledermausradar. Wozu bin ich noch fähig? Es gibt Grenzen, die muss es geben. Da ist etwas in mir, das will jagen und verlangt nach Blut. Michael? Kannst du es kontrollieren? Ich weiß es nicht. Die Hälfte der Stadt will sie töten. So etwas Gutes hatten wir nicht mehr seit dieser Sache in San Francisco. Die andere Hälfte will sie kontrollieren. Hey, Dr. Mike! Wir beide sollten in Verbindung bleiben. Ich würde alles tun, um mein Leben zu retten. Aber ich weiß nicht, wozu ich fähig bin. Sie retten Leben, Sie nehmen sie nicht. Bist du hier, um die Welt zu heilen? Oder um sie zu vernichten? Wer zum Teufel bist du, Mann? Ich bin Venom. Venom. Wann ein Scherz. Ich bin Dr. Michael Morbius, stets zu Diensten. Wann geht es! Ich bin Dr. Michael Morbius. Ich bin Dr. Michael Morbius. Vielen Dank.